ja hallo ihr lieben jetzt ist heimsche meyer pfarrtherapeut beziehungs coach psychologe ja mal wieder kleines love island video von love island fans und zwar geht es um die trennung von dennis und jenny nur mal so als erinnerung meine wer es nicht geguckt hat interessiert es wahrscheinlich eh nicht die sind zusammengekommen und dann gab es diese sache dass jenny dann nachdem die ein paar tage zusammen waren plötzlich sagte ich will auch den robben vielleicht noch mal kennenlernen und damit robin gesprochen hat und dann wollte robin nichts von ihr und danach nicht bleibt doch mit dennis zusammen so ne und sind ja glaube ich was nicht zweiter so geworden und ja und da wurde halt berichtet dass sie sich direkt nach der macht ihm was abgedreht ist quasi wurde so berichtet also davon jenny er hat dann sein handy in die hand genommen und dann haben sie sich direkt hat er sich also hat er direkt gesagt ich kann das nicht und ich trenne mich so ne nachdem er vorher aber auch dabei ab dass er noch gesagt hatte ja es hat potenzial und alles ganz toll und ja und ich dachte das nutze ich mal wieder so als soll ich mal sagen stichwortgeber genau falls du meine arbeit noch nicht kennst guck mal auf libyship vorbei find so ganz viele kurse rund um den dating wahnsinn bindungsangst verlustangst und so weiter genau und zwar hat es dann noch zwei instagram statements gegeben wo einmal er gesagt hat ja er hätte halt so vertrauens issues auf weil sie halt diesen robin da noch kennenlernen wollte und sie hat halt gesagt ja es kann mir komplett außen nicht erst auch dann noch ich bin so die tollste und dann ja will das plötzlich nicht mehr was soll der scheiß so ne und ich dachte so was kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt wo aus dem online dating natürlich nur bedingt vergleichen aber ja das ist scheinbar super läuft und von einem tag auf dem anderen ist feierabend so was man hier sehen kann das habe ich ja immer wieder es gibt gründe auf die kopf vielleicht gar nicht so und was wir hier unter umständen haben ich vermute machst du jetzt mal nur er guckt in sein handy und sieht dann vielleicht von kumpels von familie die sagen jenny ist nichts für dich oder irgendwas oder von fans oder ich weiß nicht was und denkt sich dann lässt sich davon beeindrucken und sagt dann ich mache es doch nicht weiter und sagt aber unter umständen einen anderen grund oder vielleicht hat oder vielleicht auch beide gründe oder also ist jetzt nur eine mutmaßung weil ich einfach nur mal also ich weiß natürlich nicht wie es war aber ich wollte einfach nur mal sagen an sowas sollte man auch mal denken wenn plötzlich ein online dating prozess abbricht von einem auf dem anderen vielleicht einfach einfach nur die freundin gesagt das passt nicht oder lass das oder es wird doch nichts und wenn man noch nicht komplett verknallt ist deswegen sage ich immer man sollte freunde vielleicht nicht zu früh hinzuziehen weil am anfang können die ja manchmal ich raus reden also das könnt ihr durchaus passiert sein oder es ist halt tatsächlich dieses vertrauensthema nur dann fragt man sich wieso also gut gibt es natürlich auch tausend antworten darauf aber fragt man sich wieso sagt er in der sendung du bist die geilste und dann geht heraus und sagt er ich habe ein vertrauensissue natürlich kann man total verstehen also wenn ich jetzt jemand daten würde und er sagt dann ja ich muss gerade noch jemand den anderen kennenlernen zwischendurch und ach nee ist doch nichts machen wir dir weiter wird einem im real dating natürlich total stören andererseits ist es wiederum im kontext dieser sendung wo es darum geht verschiedene date optionen auszuloten ist es weiter wieder okay aber kann man sich schon verstehen dass er das seine vertrauenssachen da antriggert nur warum sagt man dann du bist die tollste und ich nämlich zurück und wir machen das und ja und von jenny seite ja habe ich so gedacht also ich weiß nicht versucht also rein zu versetzen also wenn ich jetzt hätte auch gesagt das ist ganz toll und dann zwischendurch mal ach ich muss mal eben den robin noch kennenlernen und ach wird nichts ach ich finde jetzt nicht wieder ganz toll würde mich jetzt würde mich als jenny stelle würde ich jetzt aber ich nicht wundern wenn der man dann sagt was finde ich irgendwie weg und keine ahnung was soll das denn jetzt also insofern ja haben da beide vielleicht ein bisschen dran mitgemischt dass es irgendwie wie so häufig bei love island das ist ein trick der nach auseinander geht wobei zwei paare sind ja schon mal noch zusammen und sollten sich vielleicht tun sie auch nicht übermäßig aber sollten sich vielleicht auch nicht zu sehr beschweren es ist natürlich immer die frage auch heutzutage wissen die ja die können leicht so realist reality stars werden durch love island und vielleicht ist einem das ein oder andere auch egal hauptsache man bleibt bis zum ende drin und ja kann dann solche statements dann auch abgeben kann auch sein aber gesagt ich wollte so mal nutzen wenn so ein dating prozess plötzlich abbricht ich sage immer so die ex oder der ex plötzlich wieder aufgetaucht aber es kann auch sein dass einfach nur ein freund gesagt hat ich auch schon mal erlebt weiß ich nicht lass die finger davon oder irgendwas und wenn also dann letzten endes muss man nicht einfach sagen ja es hat nicht gepasst irgendwie so deswegen läuft niemand hinterher da plötzlich ein dating prozess abricht was heißt eigentlich in letzter konsequenz heißt es einfach nur die person war einfach noch nicht verknallt genug in euch oder in dich und weil wenn jemand wirklich verknallt ist und das nicht nur sagt dann macht er alles mögliche dann ist auch egal was die freunde sagen dann ist egal ob die religion passt dann ist egal ob ob ihr auf dem gleichen planeten lebt ist einfach alles wurscht man macht es dann irgendwie und wenn 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 es nicht gemacht wird waren die gefühle wohl doch nicht so doll so deep gell in diesem sinne wir werden es bald wieder sehen wie ja ja Untertitelung. BR 2018